Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma COMWEB. Das ist die Firma, die bekannt ist für seine PC-Video-Line. Das sind Rechner extra gemacht für eben Video- oder HDRV-Leuten. Ja, und wir haben angefangen mit einer Reihe für Alpha-Kanal oder KIA mit EDIUS und alle Fragen, die da rumstehen. Und ich nenne das mal die Footage Vol. 2. Das ist also die Fortsetzung von unserem käuflichen Schulungs-USB-Stick, wenn Sie so wollen. Die ist 32 GB groß und hat sehr, sehr viel Inhalt. Und ja, wir möchten jetzt hier dann mal endlich über die berühmte Green-Screen reden. Das ist einer der meistgefragten Sachen. Wo kriege ich oder wie kann ich am vernünftigsten ein Green-Screen erstellen? Ja, das ist erst richtig losgegangen. Upsa, das ist die falsche Abteilung, weil ich wollte erst noch mal den JAB zeigen. Das ist unser Video-Amateur, ein Fragezeichen, weil er so viele Tricks und Tipps drauf hat, die er eben gezeigt hat in dieser eine Film, die ja hier in YouTube eigentlich noch geht. Viele Leute haben immer noch, warum auch immer, weil es kostenlos ist eigentlich noch kein Abonnement in YouTube. Dann kann man seine eigene Firmen auch privat einfach reinstellen und jeder kann sie ansehen, wenn sie von euch den dementsprechenden Schlüssel kriegen. Oder eben, sie können auch Bewertungen abgeben. Das heißt, sie können sogar bestimmte Leute dann auch abonnieren, damit sie immer ihre Firmen zu sehen bekommen. Ja und dieser Film hat wirklich vor Aufsehen in dem Sinne gesprochen, dass viele, viele Fragen kamen bei mir auch per E-Mail vor allem an und die dementsprechend hier wollte ich dann mal auf die wichtigste eingehen. Wie wird das gemacht? Und das sind hauptsächlich Green-Screen-Methoden, also sogenannte Chroma-Key-Bereich, wo das Ganze abspielt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie das unter YouTube reinstellen. Der Ja beantwortet die meistens sogar selber. Wenn es zu hoch ist, dann werde ich auch einspringen, dann können wir da auch noch Antworten geben. Die E-Mails beantworte ich sowieso schon, wenn die dann bei mir ankommen. Ja und deshalb habe ich jetzt mal aus dieser Film eine kleine Sequenz genommen, nämlich die letzte Sequenz und die werden wir mal einfach anschauen, wie wird so etwas mit einem Green-Screen jetzt erzeugt. Bevor wir das machen, schauen wir erst mal eben an. Und natürlich, vielen Dank an Jaap und Jaap und Jaap. Ja, ein Schlussszene, der es in sich hat. Übrigens, der Jaap hat das nicht alles selber erfunden, er sagt auch in seinem Film am Ende nahe Idee von Zach King. Zach King ist mit Sicherheit einer der beliebtesten YouTube-Präsentatoren in dem Videobereich. Suche es einfach mal in YouTube nach Zach King, dann kriege ich enorm viele Ideen aus diesem Bereich und die sind für alle interessant. Diese ganze Green-Screen-Basis, worauf das beruht, ist natürlich nicht nur in EDIUS möglich, sondern auch mit Programmen wie Magic, Pinnacle etc. pp. Ich führe es jetzt vor in EDIUS, weil da kenne ich mich eben am besten aus, aber das heißt ja nicht, dass das nicht gegeben ist bei anderen Firmen. Was haben wir? Wir haben ein grünes Tuch und mit diesem grünen Tuch können wir uns davor stellen. Und Sie sehen, das hat Jaap hier gemacht. Das ist quasi also der dritte Jaap, die wir hier auch sehen. Ja, Sie sehen, das ist die gleiche Szene, die hier stattfindet, nur eben hat der Jaap sich schon zweimal kopiert. Das ist eben möglich, weil wir dementsprechend die Stelle nur auswählen müssen, wo er sich hinstellt. Diese Green-Screen, die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir wollen eigentlich nur die Jaap haben. Und deshalb holen wir den jetzt, mal hier quasi rein. Das heißt, hier wird er quasi reingeführt und ich habe jetzt mal genau passend die gleiche Jaap drüber gelegt. Das heißt, wenn es gut ist, werden wir das gar nicht sehen. Ein Jaap ist allerdings ein bisschen rötlicher als der vorherige Jaap. Dementsprechend, aber ihr merkt, was passiert. Und wenn wir die Jaap mal weiterlaufen lassen, wie im Film eigentlich üblich ist, dann sieht ihr, man können diese Jaap auch in ein Studio rein teleportieren. Das heißt, diese Green-Screen ist quasi nur eine Abdeckung, die wir freistellen können über der Pro-Marki. Ja, und dadurch sind wir eben in der Lage, solche ganzen Geschichten einfach durchzuführen. Bevor es soweit ist, wollen wir natürlich erstmal damit anfangen, dass wir wissen wollen, wie machen wir das denn eigentlich. Und davon holen wir die Jaap, so wie er hier ist, in Natura. So ist es auch so gefilmt worden. Achtung, es gibt ein paar Sachen, die Sie wissen sollten bei Chrome-Marki. Erstens, machen Sie den Chrome-Marki in dem Format, wie Sie nachher ausgeben. Sie kennen mit Sicherheit, und wenn nicht, dann hören Sie es jetzt zum ersten Mal. Aber es gibt enorm viele Green-Screens, die Sie zum Beispiel in YouTube anschauen können und sogar benutzen können. Ja, und das heißt, das ist einfach von anderen Filmen einfach ins Internet reingestellt. Das Problem, was Sie hier haben, ist, dass diese Bilder in ein anderes Format daherkommen. Ja, das heißt, meistens sind diese YouTube-Filmchen doch von einer sehr bescheidenen Qualität. Das merkt man ja schon an den Tüchern, wie sie gespannt sind. Man sollte eigentlich eine so glatt wie mögliche Spannung haben. Dann sieht man, dass die Auflösung nicht das wahr ist. Und das meiste ist meistens in 30 oder 24 Bilder weggelegt. Das heißt, das sind hauptsächlich die Amis, die das gerne machen und dementsprechend dann solche Filmchen zur Verfügung stellen. Das heißt aber nicht, dass wir die nicht verwenden können. Sie sollten nur wissen im Voraus, dass wenn ich ein 640x360 Pixel Green-Screen habe, dass das nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt eine super Qualität habe. Nichtsdestotrotz kann man dadurch, dass es ein grüner Tuch in der Hintergrund gibt, eine sehr gute Freistellung erstellen. Einfach mal in YouTube suchen, dann kriegen Sie hunderttausende Beispiele. Einfach Green-Screen eingeben, so heißt das. Das grüne Tuch und dementsprechend kann man natürlich solche Späßchen machen, wie hier der Dark-Vater, der dann einfach vor der Wetterkarte erstellt wird und seine Wetterprognose abgibt. Das haben wir jetzt bei JARP hier gemacht, um den 3er-JARP zu versorgen. Um das mal zu testen, wollen wir einfach mal den Green-Screen aktivieren. Es gibt hierfür sogar spezielle Tools. Ich denke zum Beispiel an RoboSki. Dann gibt es in After Effects, gibt es von Red Giant extra welche, die man benutzen kann. Also, dies ist ein sehr weiterer Bereich und da sind die Green-Screen-Möglichkeiten von der eine auf der andere schon mal ausschlechter oder besser. Der von EDIUS ist bekannterweise sehr gut eigentlich gelungen, weil sie schon sehr viel erlaubt. Wir holen den auch und dafür müssen wir nicht in die GPUs, das war ja noch von der letzten Mal offen, sondern wir gehen dafür in den Bereich KIA. Wir haben zwar in dem Video-Filter auch ein Chrominanz-Key, die ist aber hier im Moment nicht gemeint, sondern wir brauchen wirklich den unteren Bereich, das heißt die KIA-Bereich. Und Sie müssen jetzt wissen, dass EDIUS seine Filme aufteilt in, ja eigentlich in 3 Fazetten. Wenn wir hier mal den YouTube-Film oder anschauen von JARP. Wir haben hier einen, ich mache den mal groß, weil wir hauptsächlich sowieso mit dieser Spur arbeiten. Das heißt, ich mache den mal so richtig groß. So, und jetzt sehen wir, wir haben einen gelben Bereich, das ist die sogenannte Video-Bereich. Dann haben wir einen sogenannten Audio-Bereich, das ist die grüne Bereich. Auch die können wir hier vorne mit dieses Häkchen auch wieder großstellen. Dann sehen wir sogar die Wave-Welle, die da drin ist. Ich mache den schnell wieder zu. Und dann haben wir noch einen sogenannten Mix-Bereich. Und das ist die sogenannte Key-Bereich. Und die kann ich auch öffnen. Und in dem Moment sehen wir erstmal gar nichts. Das ist eine graue Leiste. Und diese graue Leiste ist für die ganze Keying bestimmt. Man kann hier höchstens noch den Mix einstellen. Das heißt, lasse ich etwas durch oder lasse ich etwas nicht durch. Wie in Dissolve kann ich dann hier die Linie nach unten ziehen. Dann wird das Bild unter dieses Bild gezeigt. Oder eben nicht, wenn der oben ist. Der Key-Bereich ist aber im Moment noch nicht so wichtig. Was aber für uns wichtig ist, ist natürlich, dass ich da drin meine Keyer loswerden will. Und zwar haben wir hier nicht die Video-Filter, sondern wir haben einen eigenen Bereich, der nennt sich Keyer. Und wenn ich da reingehe, dann kriege ich zwei Bereiche im Prinzip. Oder drei, wenn Sie bei uns die Newsletter abonniert haben. Dann haben Sie mit Sicherheit auch die Cum-Web-Cartoon-Sachen dabei. Aber ansonsten sind es normal gesprochen die Keyer. Das sind die Chroma-Key, die Lumenanski und ein sogenanntes Spumant. Die anderen beiden sind von mir. Die habe ich mal irgendwann gemacht. Also keine Panik deswegen. Und unter Mischen finden Sie noch spezielle Keys. Die können es auch kaum beeinflussen. Die sind aber sehr wichtig. Zum Beispiel für Freistellungen oder sonstige, was man in dem Moment braucht. Man kann zum Beispiel über die Bildschirme ein dunkles Bild sehr hell machen. Dann habe ich schon mal einen YouTube-Film, glaube ich, drüber gemacht. Einfach mal anschauen, wenn das noch neu ist für Sie. Für uns sind die Chroma-Key und die Lumenanski die wichtigsten. Die Chroma-Key geht nach Farben. Also nach zum Beispiel Pink oder Grün oder Blau. Das sind die meistgenommene Farbe. Und dann haben wir noch die Lumenanski, die geht eben auf das Schwarz-Weiß-Werten von einem Film ab. So, um unsere grüne Bildschirme also freizustellen, ist es am besten, wenn wir hier die Chroma-Key nehmen. Und deshalb nehme ich den auch, weil die war ja für die Farbe und die anderen für Grün. Und wenn ich diese Chroma-Key reinlege, dann lege ich den nicht. Ich nehme den jetzt mal. Dann lege ich den nicht hier auf das Video, weil Sie sehen, meine Maus hat ein kleiner X dran. Das heißt, der funktioniert hat nicht, sondern die brauche ich jetzt auf diesem Key-Kanal von meinem Bild. Wir hatten also ein Video, ein Audio und ein Key-Kanal. So, und diese Key-Kanal, da drauf deponiere ich meinen Key. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil hier den Bereich sehr, sehr groß eingestellt ist, dadurch, dass ich auf 5 gegangen bin. Aber Sie sehen, was passiert. Ich habe den jetzt hier in den unteren Bereich gekillt. Würde ich also hier oben anklicken, dann würde ich den auch nicht sehen. Dann wäre nur der Layouter zu sehen, weil diese Funktion gibt es wirklich nur in dem Key-Bereich. Deshalb sollten Sie auch verstehen, jetzt ist er wieder oben, sollten Sie auch verstehen, dass es wirklich ein eigenständiger Bereich ist, die wir hier analysieren oder benutzen. So, und in dem Moment passiert auch noch ein Phänomen. Ich habe die JAB hier plötzlich hinter einer schwarzen Umgebung stehen. Und das kommt natürlich, weil ich die JAB jetzt schon automatisch freigestellt habe. Das heißt, der EDIUS hat für uns in dieser Fall die ganze Geschichte schon durchgeführt. Würde ich also hier mal einfach ein anderes Bild hinter tun, dann wäre das Bild auch mit Sicherheit zu sehen. So habe ich das auch hier in unserem Beispiel gezeigt. Ja, was ist jetzt zu machen? Weil ich kann jetzt sagen, ich bin fertig. Aber wenn wir hier mal richtig schauen, wir haben hier so ein, oh, so ein, kommt das Grün plötzlich durchgeschimmert. Und ja, ansonsten haben wir hier an der Saunen, haben wir auch noch so ein leichter grüner Touch. Also müssten wir doch eigentlich eine Möglichkeit haben, das noch ein bisschen besser zu machen, als die Firma Cresfelli das für uns bis jetzt gemacht hat. Und ja, tatsächlich, diese Möglichkeit haben wir natürlich. Sonst wäre das ein ziemlich langweiliges Tool. So, dafür müssen wir jetzt in diesen Bereich gehen, die wir eben ansprechen wollen. Dafür, da ich auf eine andere Spur gelegt habe, mache ich den mal wieder groß und klicke in den unteren Bereich an. Das ist die Chroma Key. Das heißt, hier wirklich das Häkchen setzen. Achtung, ich bin jetzt auf den Kanal gegangen, wo ich mich hingelegt habe, wo ich kein Audio habe. Das heißt, ich habe hier einen reinen Videokanal und dadurch haben wir hier auch noch ein Audio. Wie hier unten, da hatten wir ein Audio-Häkchen. Wenn ich den öffnete, würde der Audio geöffnet. Und wir hatten hier diese Key-Abteilung und die mache ich jetzt hier wieder zu. Aber hier mache ich den offen, damit ich den auch sehe. Ja, also wir haben zwei Abteilungen und nicht drei in dieser V. Der untere ist aber eben die Key. Und jetzt sehe ich auch, dass hier die Chroma Key aktiv ist. Das heißt, der ist hier drin. Würde ich den ausmachen hier, dann sehen Sie der Jab wieder hinter seiner grüne, oder vor seiner grüne Wand. Hinter, vor und egal wie. So, Chroma Key starten und versuchen wir doch mal den Jab komplett freizukriegen. Das Phänomen, was jetzt passiert ist, ist, dass er plötzlich ein anderes Bild hier zeigt, als wenn ich den ausmache. Mache ich den nochmal aus, dann, nee, jetzt sehen wir das, was wir auch eingestellt haben. So, das heißt, ich versuche hier durch auf grün zu klicken, erst mal so nah wie möglich an die Bewegung zu kommen. Wenn Sie das genauer haben möchten, dann empfehle ich immer, einfach hier in die normale Umgebung zu gehen, den Layouter zu starten und einfach mal den Bereich, den Sie kontrollieren wollen, auf, ich sage mal, 250% zu setzen. Das macht es natürlich nicht gerade besser, was die Qualität angeht, aber wir können dadurch sehr genau die Umgebung, die uns Probleme anbringen, anschauen. Nachher stellen wir das Ganze wieder zurück auf 100, aber ich habe natürlich einen viel, viel besseren Überblick jetzt, von wo liegen meine Probleme hier, ja. Ja, und da müssen wir jetzt versuchen, natürlich über die Creenscreen-Möglichkeiten was wegzunehmen. Das hat mit der Belichtung zu tun, das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel Jab kein Kamera hatte, der eben mit 10 Bit schon arbeiten kann, weil dann hätte er viel, viel weniger Probleme. Das können Fotokameras sein, die eben mit 10 Bit schon arbeiten, können aber auch Videokameras sein, die dann eben 10 Bit Video wiedergeben. Also wenn Sie 10 Bit zur Verfügung haben, unbedingt einschalten, weil auch wenn Sie nachher eine 8 Bit Umgebung erstellen, das ist für die Freistellung eine enorme Erleichterung. Dann nehmen wir den Jab und versuchen mal das Beste aus, ihn mal rauszumachen. Und dafür gehen wir dann jetzt in den Key-Bereich, aktivieren den Chroma Key und versuchen erst mal zu analysieren, wie geht das am Beste. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, die alle zu erklären. Da empfehle ich wirklich die Footage 1, weil da bin ich sehr breit drauf eingegangen und da kann man auch so eine Menge draus holen. Ich würde jetzt erst zum Beispiel versuchen, alles was grün ist, erst mal rauszunehmen, weil damit können wir ihn eigentlich schon sehr, sehr gut, glaube ich, freistellen. Und jetzt sieht er, dass ich dadurch, dass ich den grünen Bereich jetzt ausgewählt habe, ihm schon ziemlich gut den grünen rausholen kann. Allerdings achten Sie zum Beispiel auf die Summen hier. Das sind diese dünne, kleine grüne Ränderchen, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Deshalb gehe ich hier mal ein bisschen mehr nach oben, weil da drin ist das eher zu finden. Das heißt, mit dieser Methode kriege ich das schon ziemlich gut hin. Aber das zählt nur für dieses eine Bild. Jetzt können Sie, wir brauchen hier jetzt nicht rauszugehen, sondern Sie können einfach mit dem Mausrädchen wieder einfach hier durchscrollen oder einfach hier unten in der Timeline einmal ins Schnellverfahren da durchgucken und schauen, kriege ich das auch so weg, wie ich das haben will. Und seht ihr da, hier haben wir die App auch mit den normalen EDIUS-Befehlen schon ziemlich sauber weggesetzt. Man kann ja noch darüber klagen, dass man sagt, okay, ich habe noch ein bisschen Grün ins Gesicht hier drin und auch das möchte ich weg haben. Dann empfehle ich also vorne es zu machen. Wir haben hier soweit alles abgeschlossen und ich gehe jetzt in die primäre Farbkorrektur oder sogar in die YUV. Wir schauen mal, was am besten kommt. Dafür gehe ich in den Effekten, gehe in den Videofilter, wähle als erstes Mal die Farbkorrektur die YUV-Kurve aus und lege die oben in der Video. Also nicht unten jetzt bei der Chroma Key, das würde eh nicht funktionieren, sondern oben in der Abteilung, wo ich das noch ein bisschen verbessern will. Und ich mache gerne in dem unteren Bereich, also in den Helligkeitswerten, mache ich das ein bisschen runter. Das heißt, ich starte die lineare Ausgabe und drücke das Ganze ein bisschen runter. Das heißt, würde ich hochgehen, würde alles hell werden. Mache ich das hier runter, dann würde sogar mein Ausdruck, die ich habe, würde viel, viel besser kommen, damit das in der Mitte wieder die Mittelwerttonen gleich sind, also so sind, wie sie eigentlich sind, ja, schaute ich die wieder größer. Das ist eigentlich hier in dieser V in meinem Auge schon ausreichend. Dadurch kriege ich diese feine grüne Ansicht, kriege ich schon sehr leid weg. Wir werden später noch andere Beispiele sehen, worin wir mit Sicherheit größere Probleme haben. Die JAP hat schon eine sehr hohe Auflösung. Denken Sie daran, wie kleiner die Auflösung ist, umso schlechter wird das Ganze nachher werden. Ich sehe da noch ein bisschen grün. Allerdings, Achtung, wir arbeiten noch in der 250% Vergrößerung. Und dementsprechend können wir ja eigentlich hier in der Layout wieder sagen, stellen wir uns die JAP doch wieder in 100% hin und stellen den wieder mittig, damit er das Ganze auch abgedeckt hat. Ja, und wenn wir die JAP jetzt in unserer Umgebung anschauen, dann sieht das schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir nehmen unsere Studio. Das sind übrigens von uns fertige Studios. Die können Sie ganz viele von haben, wenn Sie wollen. Dann müssen Sie mich mal anschreiben. Das kostet natürlich Geld, weil die kaufen wir auch dazu. Aber die Möglichkeit gibt es. Und die haben einen Vorteil, die kann man einfach kopieren. Das heißt, die sind rund laufend. Und so lange, wie ich sie brauche jetzt, kann ich einfach die hintereinander legen. Und ich würde immer ein sehr gutes Hintergrund haben. Ja, und wenn wir es jetzt mal laufen lassen, dann sehen wir das JAP hier in unsere neue Studio. Studio Convap. Ja, dass der hier perfekt zu sehen ist. Wir könnten hier jetzt auch noch ein Greenscreen erzeugen und da unsere Werbung für Futsitz 1 laufen lassen. Aber ich will ja nicht übertreiben. Ich denke, so kriegen wir schon ein sehr gutes Ergebnis hin. Ja, dass das nicht immer so schön klappt, wie es hier jetzt gut zu sehen ist. Weil die Aufnahmen manchmal vor allem aus Amerika dann doch nicht die Qualität haben, die wir hier dann zur Verfügung haben. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Tricks und Trips. Die kommen wir aber in die nächste Schulung, die werden wir heute nicht mehr beantworten. Und ich denke, dass wir anhand des Beispiels von JAP sehr gut sehen, wie jetzt so etwas gemacht ist. Jetzt brauchen wir nur noch die Ideen, die die JAP auch hatte. Und da würde ich euch dann wirklich empfehlen, mal bei ZACH vorbeizuschauen. Das heißt, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen. ZACH King ist die Adresse, die Sie mal in YouTube anschauen sollen. Übrigens in der Newsletter habe ich mehrere YouTube-Kanale gesagt, die sehr gut sind. Da sind wirklich noch sehr gut dabei. Also einfach mal anschauen. Und dementsprechend haben Sie wieder jetzt neue Ideen bekommen. Ich kippe unten nochmal einen Link für ein Greenscreen, den ich selber benutze innerhalb der Amazon-Umgebung. Dann, ja, ich kippe ein paar mehr, damit Sie mal gute kriegen. Und dann einfach anfangen und mal testen, wie weit das geht. Die Beleuchtung ist natürlich sehr wichtig beim Greenscreen. Aber ich denke, dafür gibt es auch genügend Kurse ins Wissen. Wir machen demnächst mal ein Bild in Bild in eine Verfremdung, damit Sie schon mal wissen, was demnächst mal ansteht. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb. Ja, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.